Wie läuft es jetzt noch in unserem letzten Gespräch? Viel besser. Zumindest sprechen meine Schwester und ich wieder miteinander. Und Mia, geht es gut? Ja, ich denke schon. Deine Schwester, irgendwann wird sie da rauswachsen. Was tut sie so? Nun, das Übliche, sie wissen schon. Na, nicht so ganz. Alles gut. Alles gut? Ja. In was für Schwierigkeiten steckst du? Ich schulde jemandem Geld. Er arbeitet für einen Drogenbass oder so. Jemand soll für den Tod von Mia verantwortlich sein? Dann beschuldigen Sie sie, dass sie Drogen genommen hat. Beschuldigen Sie die, von denen sie die Drogen hat. Aber machen Sie nicht die Gesellschaft dafür verantwortlich. Da haben Sie absolut recht, Dr. Cruz. Wenn du es in dem Geschäft schaffen willst, dann musst du lernen zu töten. Wir haben sie auf, was sie in der Bank. Was sind sie, dass sie in der Bank der Bank. Ich habe die Drogen verbunden. 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 Wieso tötest du? Rein geschäftliches Hörer.